Oh, schnell! Oh, Alter, macht euch raus hier. So. Ah, Checkpoint. Sehr gut. Okay. Plündern. Gut, gut, gut. Gut, gut. Ähm... Ah, hier muss ich, glaube ich, gar nicht großartig was hinpacken, ne? Hinschmeißen. Hm. Rein mit euch! So, und jetzt? Du Scheiße. Ähm... Alter. Okay, da muss ich gleich da einen Nebelschleier hinfallern, damit der mich nicht registriert. Okay. Ähm... Bam. Ah! Scheiße! Scheiße! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! You! Um... Okay. Nein. Nein, bitte. Oh Gott. Oh, schnell, schnell, schnell. Okay. Halt die Klappe. Nein, ich höre nichts. Oh Gott, ein kleiner Fortschritt hier. Ich freue mich. Ich glaube, am Ende dieses Spiels wird stehen. Sie war stets bemüht. Oh Gott, Alter. Dieses Spiel, das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja gut, das war mir eigentlich auch klar, aber warum wundere ich mich überhaupt? Okay. Jetzt verpfeif dich mal in deine Ecke. Ich möchte mich gerne verstecken. Willst du hierbleiben? Ja, von mir aus gerne. Ist mir egal. Ah! So ein Käse. Ist das ein Käse. Klappe. 31 leere Flaschen. Jetzt verpfeif dich doch mal. Schnell. Versteckt euch doch. Versteckt euch. Alter, der hat beider meine Kumpel angeschossen. Versteckt euch doch mal in die Kumpel angeschossen. So. Was ist hier? Möchtet ihr bitte recyceln? 137. Ja, go. Schnell nochmal verstecken. Und dann packen wir am besten gleich nochmal. Halt. Herstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. bitte verfeift ich verfeift ich jetzt bitte halt an halt an halt an bitte halt an nicht oh mein gott okay jetzt haben wir es gleich glaube ich jetzt haben wir es gleich freuen jetzt haben wir es gleich schnell rauf mit euch rauf okay was ist hier nur ein slick neben einem stab steht kann er ihn hochklädern indem du playstation button name face left drückst was war was oh mein gott oh mein gott oh mein gott kann ich den was was passiert hier gerade was passiert hier ja man it's my dead mama shouldn't have murdered her i hear it i swear i hear it i swear i hear it hey huh huh coming up with nothing was passiert denn hier gerade ach die tür ist auf die tür ist auf war ja klar natürlich nein wie dämlich komm her shit naja gut okay dann let's go jetzt aber schnell jetzt aber schnell jetzt aber schnell was aber da ist doch da ist doch gerade noch einer gewesen da war doch gerade noch einer ich drehe durch ich drehe gleich am rad eh ich drehe gleich am rad neuer versuch dass Ich denke, ich brauche das Bett. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Was? Was? Oh Gott. Klar. Und wie du wieder aussiehst. Lösch euch in der Höse. Und ständig dieser Lärm. Shit. Schnell, rauf mit dir, rauf! Sorry. Alter. Wollen wir das nicht schaffen? Wir sind versteckt. Wir sind immer noch versteckt. Wir sind immer noch versteckt. Wir sind immer noch versteckt. Okay. Leute. Wir kriegen das gleich. Wir kriegen das gleich. Wir kriegen das gleich hin. Oh mein Gott. Oh Gott. Rauf mit auf. Rauf, 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 rauf. Rauf mit euch. Verdammt. Rauf mit euch. Rauf mit euch. Rauf mit euch. Rauf mit euch. recap. Rauf mit euch. Rauf mit euch. Rauf mit euch. Rauf mit euch. Okay, Leute. Okay, halt, bevor ich mich hier einlogge. Bevor ich mich hier einlogge, erst mal plündern, bevor ich das gleich wieder alles machen muss. Nein! Lass das. So. Komm mit. Okay, und let's go. Zwei, drei, vier. Fünf. Gut. Wartet mal kurz. Wartet kurz, wartet kurz. Ich will mal gucken, was da oben ist. Ohne zu sterben, natürlich. Ich bin da nicht. Halt die Klappe. What? This guy is invisible. Ich wollte doch nur da ran. So. Okay. Wow. Oh Gott, ey. Ist denn das die Möglichkeit? Was ist jetzt hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieht der mich hier oben? Du Scheiße. Oh. Zieht der mich? Alter, dieser Dreckser. Los, du schaffst das. Komm, schnell. Sehr gut. Entschuldigung, ich hab grad noch mal einen Kumpan hier mit dazu geholt. Okay. Alle ja. We're free. We're free. All right. Jetzt darf ich's nicht verkacken. Jetzt kann ich das Ganze gleich wieder machen. Oh mein Gott. Schnell, Leute. Schnell. Beant euch. Oh Gott. Alter, beeilt euch, Leute. Beeilt euch. Scheiße. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, warte. Warte, 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 warte. Ich bin gleich wieder hoch hier, oder was ist denn das hier? Scheiße. Scheiße. Müssen wir jetzt hier... Was ist denn hier unten? Da ist nix. Kacke. Hey, let's get you out of here. Riley, he's here! Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja überhaupt nicht schwer hier, wa? Oh! Ich habe nur noch eine Flasche, ey. Ich fasse da aus. Ich kann nur noch eine Flasche, ey. Wir können bloß noch eine machen, oder? Oh Gott, was muss ich denn hier tun? Alter, Leute, wartet mal. Hey, Lika, hold up! I could go for a sandwich right now. We gotta get out of here. Nein, ey. We gotta get out of here. My tummy's growling, I'm hungry. Pff, wo geht's denn jetzt hier weiter? Hä? Ich muss nach der Ruhe unten, ne? Na, das kann ja echt lustig werden jetzt. Kacke. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, mein 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 Gott. alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ruhigt euch. Es ist alles schick. Oh Gott, Leute. Nicht kalt, ey. Nicht kalt hier. Ja, schon kommen. Ja, schon kommen. Oh Gott, Alter. Kommt rein jetzt hier. Kommt rein in den Schatten. Nein! Lauft! 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 Oh, ****. Die Hälfte. Wir haben die Hälfte, ja. Ja, aber... Oh Mann, diese... Der Schwierigkeitsgrad ist echt tückisch. Der ist so kacke. Dieser Schwierigkeitsgrad ist so gemein. Echt. Waschmittel haben wir wieder nicht. Ja, klasse. Aber jetzt... Okay, wir schütteln, wir schütteln den Ärger einfach ab. Wir schütteln ihn jetzt ab. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich werde wahrscheinlich eh kein gutes Ende kriegen, so wie das aussieht, wie es läuft. Also von daher, was rege ich mich überhaupt auf? Wir boxen uns trotzdem durch das Spiel durch. Wir tun unser Bestes. Ich bin stets bemüht, das zu tun. Alter, der hat uns beinahe wieder hier mit einem Shotgun einmal weggebrezelt hier. Boah, nee. Was soll ich denn machen hier? Was soll ich denn machen, Freunde? Was soll ich... Hm? Was soll ich tun? Ach ja, klar. Natürlich. Natürlich. Boah. Das belastet mich zutiefst gerade. Oh. Bring den Güterwagen zum Betankungsturm. Boah. Boah. Okay. Also hier geht's ja noch weiter. Okay. Hey! So, Jungs. Boys and Girls. Betankungsanlage. Hier ist doch dicht. Wieso ist hier noch dicht? Was? Na gut, dann müssen wir das erstmal lösen. Jeder Drehzl, wa? Wartet mal hier. Entschuldige, mein Freund, entschuldige. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber, wa? Und dann klettern wir hier rauf, wa? Oh, ich stehe hier. Ach, kann ich hier gar nicht? Oh Gott. Oh. Geheimareal gefunden? Ah. Hä? Wa? Aber. Wo ist ich denn hin? Ach so. Ach ja. Natürlich. Werden wir hier von der Windung irgendwie schon mal zermatscht hier, wa? Höh. Alter. Ist ja überhaupt nicht übertrieben hier bei euch. Du Scheiße, ey. Du Scheiße, ey. Ja. Ach, du Kacke. Scheiße. Scheiße. Nein. 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 Mach ich nicht. Nein. Wir machen das alles. All together forever hier. Ich bin hier. Ei. Nächster bekehrt. So. Oh Gott, was? Äh. Natürlich. Natürlich. Tschau. Ah! Oh. Doppelt. Ja, genau. Doppeltdinger hier. Ah! Oh mein Gott. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt. Weißt du was? Ich mach das jetzt mit jedem Einzelnen hier. Nein! Das kann doch wohl... Ihr seid so bescheuert. Wieso lauft ihr denn da rein, ihr Blöden? Depos, ey. Nee, die halten natürlich nicht an. Warum auch? Was passiert denn jetzt? Zieh weiter anhebeln, indem du drückt hältst. Ah! Oh Gott. Was? Oh, so. Ah! I see, I see. Okay. Okay. Okay, warte. Wir kriegen das. Wir kriegen das. Wir kriegen das. Ja! Okay. Was ist hier oben? Da oben. Ah. Lassen wir die mal gleich wieder da hochklettern. Das ist gut. Und wartet ihr alle mal? Warte! Komm, ich weiß nicht, warum wir stoppen. Ich weiß nicht. Alter! Oh, guter Arme. Der muss hier was machen mit mir, ey. Was soll denn das? Ich muss doch da hochkommen, oder nicht? Alter, was? Es ist schon traurig. Es ist schon traurig, ja. Ich krieg das hin. Ich schaff's das. Ich hab schon blödere Situationen gemeistert hier. Ich habe schon blödere Situationen gemeistert hier. Ich habe... Lassen wir das. Oh, mein Gott. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, scheiße. Ah! Spiel, bitte! Bitte nicht. Bitte nicht, Frame. Frame, bitte lass es. Jetzt, aber jetzt. Jetzt kommt alle mit. Ready, steady, go. Let's get you out of here. All right, then. Oh, mein Gott. Schilder platz. Ja, nein.